So, willkommen zurück zu Workers & Ressources Sowjetrepublik. Ich habe gerade gesehen, wir brauchen noch viel mehr Kühe im Schlachthaus. Von daher nochmal vier LKWs. Von hier beladen mit Kühen, zack, liefern nach da, entladen Kühe, warten bis entladen. Und dann los. Und dann kriegt ihr alle drei auch den Fahrplan. Und dann wollten wir anfangen, Elektronik an unsere ganzen Einkaufszentren und kleinen Geschäfte zu liefern. Und so. Gut, Elektronik. Wo war meine Elektronik-Ecke? Hier. Oh Gott. Hier. Daut es sich etwas. Nee, das ist nicht die Elektronik. Das ist Kleidung. Ähm. Hier ist meine Elektronik. Gut, 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 gut. Wie sieht es denn aus? Ähm. Ja, Produktion läuft. Dann nehmen wir mal dich. Wobei... Wir nehmen den Großen. Das ist ein richtiger Stau. Verdammt. Gut. Ähm. Großer. Du bekommst eine neue Route. Wir machen Gebäude auf ganze Karte. Ähm. Und zwar Geschäfte. Kleines Geschäft. Jawohl. Und dann geht es jetzt los. Schauen wir auf das kleine Geschäft. Station. Entladen. Elektronik. Ähm. So. Lebensmittel. Entladen. Elektronik. So. Lebensmittel. Kleines Geschäft. Fast. Kleines Geschäft. Schaufst. Entladen. Elektronik. Wir sind in Praha Dingsuppums. Kleines Geschäft. Schönen entladen. Das war Lechi. Kleines Geschäft. Entladen. Sego irgendwas. Lebensmittelmarkt. Nächstes kleines Geschäft. Zack, zack, zack. Entladen. Das war Lebensmittel. Lechi. Schon wieder. Kleines Geschäft. Entladen. Zack, zack, zack. Lechi. Zoda. Zoda. Zack. Schön entladen. Zack, zack. Zock. Zock, zack. Waren. Kleines Geschäft. Kleines Geschäft. Kauf-Tarra-T-Singsbum ist da, entladen, blups, 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 und Einkaufszentrum auch gleich nochmal, gleiche Stadt. Einkaufszentrum, da war es, Lebensmittel, nein, kleines Geschäft, in Roventa, oder so, ähnlich. Ah, Gott, da ist dummerweise gerade die Mitteilung drunter. So, Roventa, entladen, Einkaufszentrum, auch in Roventa, zack. Blups, 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 alles wegmachen hier. Eieiei, Einkaufszentrum. Das nächste große, Quatsch, entladen, bam bam, talala, ZHL, ZHL, Lebensmittel, Lebensmittel, kleines Geschäft, entladen, jawoll, so, zocker, äh, doings, kleines Geschäft, auf die Trilly-Dingsbumster entladen bitte Einkaufszentrum auch nochmal in Trilly so Svirakov Gucken wir mal auch da hin Entladen bitte Entladen haben wir Wie war Lebensmittel? Nein Kleines Einkaufszentrum Gebäude ist ohne Strom versorgen Ja Müssen wir mal auf die Birkenwand schauen Entladen So Großer Dings Entladen Ich glaube Mehr Mehr Stationen bekomme ich nicht mehr ein Entladen Ach das muss jetzt einfach reichen So Schauen wir mal wo bist du Ach ja und diese Station nehmen wir aus Moment Dich Dich locken wir erstmal Warenhaus Elektronik Du Du bekommst Diesen Plan Dich Dich Und ich glaube Dem gebe ich auch noch mal den Farbplan mit. Moment, der Halt wird gelöscht und bei dir wird dieser Halt auch gelöscht und bei dir wird das Zollhaus auch gelöscht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, gut, dann schauen wir mal, wo waren die Gebäude, die keinen Strom hatten. Achso, okay, das macht ja Sinn. Okay, dann ganze Karte, Gebäude, Fabriken, Geschäfte, Einkaufszentrum. Guck mal, wo ist das, warum hat das keinen Strom? Da hinten. Und von wo bekommt ihr euren Strom? Hier gibt es einfach überhaupt keinen Strom. Hier gibt es Strom von da oben. Gut, eine kleine Pause, dann machen wir. Ja, ihr habt da Strom, oder? Mittelspannung, zack. Das bauen wir auch direkt für Robel. Das müsste eine Vollspannung sein. Zack. Anschliessen. 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 Transformator. Okay, dann halt für Robel. Zack. Hochspannung. Dran. Zack. Mittelspannung. Auch dran. Zack. Schau. Ähm. Warum haben wir jetzt Robel eingestellt? Okay, Moment, dann würde ich mich auch noch Robel. Gucken wir mal, wird das jetzt fertig? hier kommt strom an pause haben wir noch mehr gebäude ganze karte schulen konstruktionsfüro kraftwerk busplattform klein krankenhaus kino feuerwehr ohne strom gucken wir mal dahin ok wenn die feuerwehr auch ohne strom ist dann machen wir hier auch noch ein ein kleines dings hin kleines umspannwerk wir bauen für rubel so wie sieht es jetzt aus hier liegt strom an hier ist auch strom da kurz pause gucken wir mal weiter ganze karte feuerwache hier wäre noch eine ohne strom wir hätten da einmal ein bisschen strom gut dann machen wir hier auch noch ein spannwerk hin quatsch so so wir kappen hier die leitung machen das so wir bauen aktuell für für rubel zack zack damit sollte jetzt hier lassen auch stromanliegen und wir beenden erstmal diese folge tschüss ciao, bye bis zum nächsten mal Ja, alles.